Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch den Armani Adventskalender. Den packen wir einmal gemeinsam aus. Ich bin sehr gespannt, was da so drin ist dieses Jahr, wie der so aufgestellt ist. Ich habe den letztes Jahr und davor das Jahr auch ausgepackt und ich habe mir gedacht, ihr wollt den mit Sicherheit auch sehen. Also habe ich ihn bestellt und genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr sogar neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Der Armani Adventskalender, ich hole den mal raus. Also der ist hier nochmal in so einer Umverpackung. So sieht der aus, der gute Kalender. So sieht der innen aus, also ganz nobel. Man sieht es, hier ist nochmal so ein Einleger drin. Huch, ich habe schon ein Türchen. Das ist der Giorgio Armani Adventskalender 2024. Der sieht richtig hübsch aus und der kostet, habe ich euch glaube ich eben schon mal gesagt, der kostet 313,45 Euro. Also echt, echt sehr, sehr teuer. Deshalb gucken wir jetzt, hier sollen 12 Fullsize Größen drin sein und 12 Miniaturen. Jetzt steht hier aber gar nicht, was der für einen Gesamtwarenwert haben soll. Das finde ich jetzt hier überhaupt nicht. Ich gucke mal, ob ich was online finde und blende euch das mal ein. Ja, also ich rechne es mal pro Türchen noch aus, damit ihr wisst, was ihr pro Türchen hier bezahlt. Also 313, ganz komischer Betrag oder 313,45 Euro geteilt durch 24 Türchen, wären wir bei 13,06 Euro. Wir starten mit Türchen Nummer 1. Was erwarte ich von diesem Kalender, überlege ich gerade? Also ich erwarte klassische Produkte, die wird man hier drin auch finden und vielleicht auch ein paar neuere Produkte, die ich noch nicht getestet habe. Keine Ahnung. Hier haben wir den Lip Maestro drin, Intensive Velvet Color in Nummer 107. Nuder heißt die Farbe. Das wird ein, ja, so ein Nude, ist das ein Liquid Lipstick? Lip Maestro, ich glaube, das sind die Liquid Lipsticks in so einem Nude Ton. Ich werde hier nicht alle Farben aufmachen, damit ich halt auch nicht alle Produkte für mich behalten muss, weil ich kann ja auch nichts, also der ist auf jeden Fall wiederverwendbar, der Kalender, das ist total klasse. Ich kann ja nicht immer alles aufmachen und dann kann ich euch aber so auch nochmal was weiter verlosen. So, in der 2 haben wir bestimmt ein Verfügen drin. Ja, hier haben wir das Sie von Giorgio Armani drin, dieses kleine, das ist eine Miniatur. Finde ich sehr schön, ich liebe Miniaturen und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Also den mag ich, den finde ich richtig gut und ich glaube, das ist halt auch so ein Klassiker, den erwartet man auch hier drin. Ich zumindest habe damit schon gerechnet, ich wusste irgendwie schon. So, die Nummer 3. Nummer 3 hat, glaube ich, eine Mascara. Die Lashes, nee, Eyes to Kill ist hier drin. Das ist eine coole Mascara, das ist aber ein Sample not for sale. Trotzdem finde ich es ganz gut, ich mag die Minis, das sind 2ml. Die macht wirklich schon tolle Wimpern, muss man ja sagen. So, ich muss das mal ein bisschen mehr so stellen, dass ich mich nicht allzu verbiegen muss, sonst kriege ich schnacken. So, Türchen Nummer 4. Hier unten ein großes, goldenes. Hier ist was schweres drin. Hier haben wir dieses Fluid Sheer Glow Enforcer drin. Das ist so ein, ähm, ja was ist das? Genau, das kommt unten drunter unter die Foundation, das ist ganz schön. Das ist so ein Glow, also wie das von Charlotte Tilbury eben, dieses Glow, was unten drunter kommt. Das finde ich sehr gut, das finde ich richtig schön. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch in der Farbe 2. Leute, Türchen Nummer 5. Ich habe für euch auch günstige Kalender aus. Wenn ihr jetzt denkt, oh, jetzt packt die hier so teure Kalender aus. Also ich habe günstige, mittelpreisige, teure Kalender. Ich habe für jeden was mit dabei auf meinem Kanal. Hier haben wir Eyes to Kill Stella Bouncy High Pigment Color drin in der Farbe 3. Das ist quasi ein, oh, das ist aber schön, so ein Eyeshadow. Ich mache den mal gerade eben auf und zeige euch das. Das ist so ein dunkelbraun, so ein Schimmerton. Sieht sehr hübsch aus. Ist auf jeden Fall auch komplett hochwertig, also da kannst du gar nichts sagen. Also Qualität ist hier schon immer gut. Und ich mag von Giorgio Armani super gerne die von Dälchen. Die finde ich richtig super. So, Türchen Nummer 6 der Nikolaus. Was haben wir denn im Nikolaus? Eine Miniatur, oder? Ja. Hier haben die das My Way reingepackt. Und zwar das ganz normale Orde Parfum 7ml. Giorgio Armani My Way. Hatte ich auch jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ich denke aber, jemand, der jetzt halt zum ersten Mal diesen Kalender hat, der freut sich übelst, weil hier halt echt einige Miniaturen drin sind. Das sieht schon süß aus, gell? Ich finde, der My Way ist ein guter Duft. Den haben zwar sehr viele tragen, den haben echt viele drauf. Aber ich finde, das ist wirklich ein klassischer, sehr schöner Duft. So, die 7. Wie steht der Kalender ein bisschen, dass der umkippen könnte? In der 7 haben wir nochmal dieses Eyes to Kill drin. Krass, die haben nochmal in der Farbe 5 so ein Eyeshadow reingepackt. Das finde ich aber jetzt gar nicht mal so schlecht. Und zwar in so einem Rosé-Ton. Das sieht richtig, richtig schön aus, Leute. Ehrlich gesagt finde ich es gut. Ich finde es wirklich richtig gut. Da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich zu schminken. Und Claudi packt den Kalender übrigens auch aus. Da könnt ihr euch noch eine zweite Meinung holen. Hier haben wir drin, ah, dieses Aqua Di Gioia. Das ist auch so ein Klassiker. Habe ich noch nie benutzt. Finde ich auch ganz gut vom Duft. Aber ist nicht so meins, was ich jetzt tragen würde. Ich glaube, das ist halt auch eher so ein schöner Alltagsduft. Aber auch eine Miniatur. Fantastisch. Wir haben schon drei Miniaturen. Das ist richtig, richtig cool. Türchen Nummer 9. Ich habe den übrigens unten in der Infobox verlinkt, falls ihr den haben wollt. Da könnt ihr den shoppen. Hier haben wir noch eine Miniatur drin. Das Sie Passion. Das ist das, oder Passion. Das ist das Dunkelrote, oder? Ne, das ist das hier. Also das ist nicht Dunkelrot, sondern das ist... Es gibt noch eins, was komplett ist. Und das ist so halbtransparent, die Flasche. Ich weiß gar nicht... Oh, jetzt der Unterschied war das, glaube ich, ein bisschen stärker wie das andere. Aber noch eine Miniatur. Wow, schon vier Stück. Türchen Nummer 10. So muss das sein bei so einem tollen Kalender, oder? Dass man richtig viele Parfüm-Miniaturen und so drin hat. Hier haben wir drin den Longwear Luminous Liquid Eyeshadow. Also ein Liquid Eyeshadow in der Farbe Mahoghani. Wow, das ist... Leute, da freue ich mich richtig drüber. Den hat eine amerikanische Instagramerin, YouTuberin, wie auch immer, gezeigt. Sie hat damit einen Augenlook geschminkt. Das sah so heftig aus. Und ich habe gedacht, nee, das brauche ich. Und ich habe gedacht, vielleicht... Ne, sehe ich denn irgendwo mal im Angebot. Den finde ich richtig gut. Sie hat so einen schönen Eyeshadow-Look damit geschminkt. Das ist so ein ganz dunkles. Guckt mal. Richtig geil, dass das hier mit drin ist. Freue ich mich mega drüber. Der ist so ein bisschen metallig. Das ist ein Liquid Eyeshadow. Und den kann man ganz toll ausblenden. Freue ich mich ja gerade richtig drüber. Ne, den blendest du halt aus. Ja, habe jetzt gerade nichts. Auf jeden Fall, dann wird das so ein bisschen Pflaumefarben wird das auf dem Auge. So ein bisschen Brombeerfarben vielmehr. Das ist richtig schön. Der zieht jetzt auch schon an. Ich gucke gleich mal, wie fest der wird. Freue ich mich total drüber. Über diesen Liquid Eyeshadow. Der hat auch so... Ich glaube, die hat auch... Das ist richtig viral gewesen, der ihr Video. Ich glaube, das fanden viele ganz toll. Sie hatte so einen schönen Look damit geschminkt. Also das ist ein Liquid Eyeshadow, ne? Ich glaube, dieses Jahr gefällt der mir jetzt schon viel besser wie letztes Jahr. Hier haben wir den Longwear Vivid Color Lipstick drin. Lip Power. Selfless in der Nummer 104. Hier, muss das ein Rot sein? Vermutlich, oder? Ne, den hatte ich mal. Den findet ihr auch immer schön, wenn ich den trage. Den habe ich hier noch, glaube ich. Moment. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist das der Lip Power? Ne, das ist der Rote, den ich hier habe. Mist. Dann weiß ich gerade nicht. Der ist bei mir irgendwo in der Schublade. Auf jeden Fall habe ich noch vom letzten Jahr diesen Roten. Den lege ich mal auf die Seite. Das ist ein Nudefarbener. Den kann man aber mal schön verschenken oder so. Da freut sich bestimmt jemand drüber. Waren das jetzt die 11? Jetzt kommen, oder? Es war schon die 11. Ja. Jetzt kommen wir zu 12 schon zur Halbzeit. Gucken wir mal. Noch eine Miniatur, oder? Es ist auch nochmal My Way drin. Und zwar als Parfum. Das war ein Eau de Parfum. Und das ist das Parfum. Nochmal als Miniatur. Wie weiß ich jetzt auch nicht, was der Unterschied war? Ach, das Blaue. Das kenne ich noch gar nicht. Das habe ich auch noch nicht. Da schnuppere ich mal dran. Da muss ich mal gerade... Also das weiß ich jetzt gerne. Das wird wahrscheinlich intensiv sein. Oh, das riecht aber wirklich gut, gell? Ich mag das My Way. Ich habe das hier in groß. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut. Schöne Nummer 12. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Ich bin gespannt. Also bisher, muss ich sagen, finde ich den echt toll. Das ist halt ein Luxuskalender. Man darf jetzt nicht sagen, oh, hier alles so teuer da drin. Das ist halt so. So, in der 13. Armani ist halt eine recht hochpreisige Marke. Hier haben wir den Longwear Vivid Color Lipstick drin in Cedar 206. Ja, das ist ein Rot, aber eher so ein wärmeres Rot. Das ist jetzt nicht dieses Rot vom Kalender, sondern so ein bisschen bräunlich-rot. Aber wunderschöne Farbe. Gefällt mir persönlich gut, nur ich, also ich behalte den nicht für mich. Mir steht die Farbe nicht. Mir steht eher so ein kühleres Rot. Das ist immer, also kühleres Rot ist so meins. Aber schön, dass auch so große Lipsticks bisher drin sind. Wir hatten noch keine Mini-Lipsticks drin und so. Das finde ich mega gut dieses Jahr. Die 14. Jetzt kommen wir bestimmt die Mini-Sachen, oder? Ja, jetzt kommt, glaube ich, was. Hier haben wir so ein Mini. Als hätte ich es geahnt, oder? Ein Lip Maestro in Mini Nummer 400. Der bleibt in meinem Besitz, weil ihr wisst ja, ich sammle die Minis. Und der ist wirklich süß. Oh mein Gott. So ein Mini-Liquid Lipstick. Weil ich das einfach, da kommst du ja sonst nicht dran. Und deshalb, also ich sammle die immer. Ich hebe die immer auf für mich. Die 15. Und das finde ich, das hat mich gerade voll gefreut. Ist hier nochmal ein My Way drin? Ja, hier ist nochmal ein My Way drin, aber ohne Umverpackung. Was ist denn das für eine? Parfüm Intense. Also das ist der nochmal, den ich jetzt schon drauf habe. Nur in Intense. Frag mich allerdings. Also warum packen die so viel My Way rein? Die haben doch noch viel mehr Düfte, oder? Ich meine, klar, der riecht super. Das ist bestimmt auch ein Bestseller. Weiß ich nicht. Wolltet ihr so viel My Way haben? Es gibt ja vielleicht auch welche, die würden den My Way gar nicht. Dann hat man irgendwie Pech. In der 16 haben wir Longwear Vivid Lip Color in der Nummer 405. Ich kann mal gucken. 400 habe ich hier. Ist auch nicht der, den ich hier habe. 405. Also nochmal so ein Lippenstift. In einem anderen Rot nochmal. Also wir haben die 206, die 104 und das ist die 405. Ich würde die euch ja alle swatchen. Ich sehe aber keinen Unterschied. Ich glaube, das ist eher so ein dunkleres Rot. Also das ist ein sehr, sehr hübsches Rot, meiner Meinung nach. Aber ich swatche es mal jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob es bei mir bleibt. Aber trotzdem nochmal einen Full Size Lippenstift. Das ist auch gut. Jetzt haben wir aber genug, oder? Jetzt brauchen wir mal hier noch was anderes in der 17. Was haben wir hier? Hier haben wir den Liquid Eyeshadow drin. Der ist super. Das ist der goldene. Den der Farbe, nee, Eye Tint steht hier einfach nur. Das ist so ein Liquid Lipstick nochmal. Den swatche ich euch auch mal. Behalte ich eh. Ich liebe Liquid Lipsticks. Und den kannst du auch toll mit dem anderen Liquid Lipstick. Äh, Liquid Eyeshadow. Meine Güte. Liquid Eyeshadow. Da kannst du das auch mit dem anderen gut kombinieren. Das ist so ein Gold Champagner Ton. Das finde ich toll. Also dann kannst du die kombinieren. Die Augen haben die richtig viel dieses Mal mit dabei. Und der andere ist auch richtig schön fest geworden. Hier, der hier. Der ist gut geworden. Und jetzt nochmal My Way. Nein. Also das ist zu viel des Guten. Muss ich ehrlich sagen. Das ist der Florale nochmal. Also wir haben den normalen. Den Eau de Parfum. Dann haben wir Parfum. Parfum Intense. Und dann haben wir nochmal hier Eau de Parfum Floral. Junge, Junge, Junge. Wie kann man so viel My Way hier reinpacken? Ja, das ist der. Könnte auch der My Way Adventskalender sein. Ich finde es irgendwie witzig. Ich weiß nicht. Klar, der Duft ist toll. Ich denke jetzt auch als, ach, das riecht so gut. Das riecht so gut. Der riecht wirklich gut. Das ist ein besonderer, schöner Duft. So, die 19. Mein Stuhl fängt an zu quietschen. Ich sitze zu viel hier. Hier haben wir drin eine Creme, oder? Das ist die Cremanera Creme Reviving Cream. Also das ist ein Sample not for sale. Das sind 5ml. Das ist eine Mini-Creme. Die ist schon gut. Ich habe die schon mal gehabt. Das ist wirklich eine sehr reichhaltige, wirklich tolle Creme. Das ist halt nur wirklich winzig. Türchen Nummer 20. Eyes to kill nochmal. Glaubt ihr es? Hier ist nochmal ein Eyeshadow drin. Ein Puder Eyeshadow. In einem mittleren Braun. Das ist ein schöner, kühler Ton. Oh, Leute, das fühlt sich so butterig an, gell? Also ich müsste euch ja theoretisch alle Eyeshadows mal swatchen. Das ist so ein, also das ist wie so ein Gel, fühlt sich das an. Das ist die Farbe. Also das kann man wirklich super tragen. Wisst ihr was? Wir sind ja auch nicht so zum Spaß hier. Ich werde euch die Eyeshadows jetzt gerade mal alle swatchen. Wenn ihr das mal alles geswatcht sehen. Also es ist nämlich schon was Besonderes, diese Eyes to Kill Stellar Dinge, weil das wie so, also es fühlt sich so nass an. Das ist wie so ein bouncy Produkt. Das ist schon toll. Und davon dann so viele drin. Drei Stück finde ich schon gut. Muss ich ehrlich sagen. Jemand wird jetzt auch denken, boah, nee, nochmal was für die Augen. Aber Leute, ehrlich, das ist gut, dass das hier drin ist. Das ist wirklich gut. Das sind die Farben alle geswatcht. Und ihr seht, die sind gar nicht so dunkel, wie man denkt. Auch dieser dunkle Ton ist nicht so dunkel. Und das ist, ich zeige euch das mal in der Kamera. Das ist halt so ein bouncy Gedöns. Ich finde es super. Ich freue mich. Ich behalte die auch alle diesmal. Ich mache das gerade mal runter. Und ihr seht mal, diese Liquid Eyeshadows, die gehen ganz schlecht runter, weil die wirklich eine gute Haltbarkeit haben. Also die sind top von Armani. Dann kommen wir zur 21. Das ist sie. Sie Passion Eclat. Nochmal, das ist das, was so dunkelrot ist, der Duft, oder? Nee, das ist das Transparente. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist der transparente Duft, der rote. Der riecht aber auch gut. Der mag ich auch gerne. Der ist auch ein sehr eleganter, das ist ein sehr eleganter Damenduft, finde ich. Da haben wir jetzt auch schon drei verschiedene von drin. Ach, Leute, ich sag's euch. Muss man alles mögen, gell? Also die 22. Ein großes Produkt. Das ist nochmal ein Lippenprodukt, oder? Eine Mascara. Weiß ich nicht. Instant High Volume and Definition Mascara. Da freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Sehr doll. Die habe ich noch nicht gehabt. Sieht so aus. Ich blende euch mal das Bürstchen ein und dann mache ich mal auf. Ich mache mal auf. Ja. Das ist ein Gummibürstchen, was ein bisschen flexibel ist. Und ich könnte mir vorstellen, das macht schöne Wimpern. Ist auf jeden Fall ein gerades Bürstchen. Ja. Werde ich auf jeden Fall anwenden. Kommt dann hier in mein Körbchen und werde ich mal verwenden. Also eine Full Size Mascara finde ich tippitoppi. Die 23. 23 hat so, ich glaube, eine kleine Creme drin, oder? Hier haben wir die Crema Nera. Ah, das ist die Light Reviving Eye Cream. Das ist gut. Die war auch toll gewesen. Die habe ich schon mal aufgebracht. Ist halt auch mini. Guck mal, was für ein kleines Ding das ist. Oh, und da ist halt nur so ein bisschen drin. Aber ich werde die trotzdem benutzen. Ja, die Augencreme. Das ist so eine Illuminating. Also Creme für einen strahlend schönen Augenpakt. Alles so ein bisschen, also was Make-up angeht, auf die Augen auch gelegt, ne? Der Fokus. Jetzt kommt die 24. Was schätzt ihr denn? Ja, 24 ist ein roter Lippenstift drin, oder? Was ist hier drin? Ich weiß es nicht. Hm. Haben wir alles ausgepackt? Ja, ist alles ausgepackt. Ich hätte schwören können, ich habe was vergessen. 24 hat auf jeden Fall ein... Oh. Was ist das denn? Ein Lip Maestro Sateur. Guckt mal. Ohne Umverpackung. Ist aber komisch. Ein... Leberwurstfarbener Lipstick. Ich swatch euch den. Kommt, ich werde den eh wahrscheinlich behalten. Sateur ist die Farbe. Das ist wahrscheinlich, wird der so samtig. Das ist die Farbe. Also wirklich Leberwurstfarben. Aber schön. Das ist ein schöner Ton. Soll ich mir den mal auftragen? Also ich behalte den ja eh. Und der ist wie die eigene Lippenfarbe. Der ist doch wie meine eigene Lippenfarbe. Nur schöner. Sehr aufgetragen. Seht ihr den unterschiedlich nicht? Also ich sage ja, der ist wie meine eigene Lippenfarbe. Fühlt sich sehr schön an. Ähm, ja. Schöne 24, muss man sagen. Ihr Lieben, das war der Giorgio Armani Adventskalender 2024. Was sagt ihr zum Inhalt? Wie findet ihr den Kalender? Würdet ihr euch den kaufen oder eher nicht? Also ich muss sagen, mir gefällt der dieses Jahr richtig, richtig gut. Klar, es sind wirklich... Also man muss diese beiden Düfte mögen. Man muss den See-Duft mögen und man muss den My Way mögen. Aber es sind super viele Miniaturen drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Miniaturen sind hier drin. Dann haben wir diese beiden schönen Liquid Eyeshadows. Dann haben wir diese Bouncy Eyeshadows. Finde ich toll. Den Mini-Lipstick finde ich auch klasse. Ich vermisse aber so ein klassisches Rot. Also hier sind schon rote Lipsticks mit dabei. Wir haben, glaube ich, Lip Maestro. Haben wir... Also Lip Power haben wir drei. Lip Maestro zwei. Ja, also ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich finde auch nicht, dass zu viele Lippenprodukte oder so drin sind. Die haben mehrere Full Size. Also die haben mehr Full Size drin als letztes Jahr, meine ich. Ich finde den Kalender wirklich schön. Ich finde den total gut. Ich kann mit allem was anfangen. Also ich, für mich persönlich, feiere den total. Finde ich klasse. Nur zweimal Skincare, das ist mir auch recht. Der Rest ist alles dekorative Kosmetik und Parfüm. Ich finde den Kalender schön. Der ist zwar so teuer, Leute. Der ist so teuer, aber der ist wirklich schön. Und dieser Karton, also dieser Kalender an sich, fühlt sich auch super hochwertig an. Ja, also ich mag den. Ich mag den doch, aber ist teuer. Muss man halt für sich überlegen, ob man das Geld ausgeben möchte oder nicht. Ich habe hier vom letzten Jahr noch den roten. Das ist dieser knallrote. Das ist dieser Armani rote Lipstick. Den finde ich richtig schön. Den habe ich zweimal hier und das ist mein Backup sozusagen. Und das hier, ich will euch gerade mal sagen, das ist wirklich hier so samtig geworden. Also das ist dieser Lipstick hier. Seht ihr, der ist noch ein bisschen, also der hat ein bisschen Glanz. Es ist aber, fühlt sich richtig gut an. Also so, als ob man so einen guten, so eine gute Lippenpflege irgendwie drauf hat. Finde ich sehr schön, die 24. Und? Wisst ihr was? Der ist der hint. Der ist der hint. Ach, okay, das geht jetzt nicht mehr ab. Das heißt also, muss ich jetzt gerade mal gucken. Steht hier irgendwas drauf? Lipmaestro Satin 01. Ich wusste gerne, dass diese Lipmaestro Dinge so einfärben. Das ist aber ein anderer. Das ist der Satin und das ist ein anderer. Naja, auf jeden Fall, ich finde den Kalender sowie. Ich verlinke ihn euch, falls ihr ihn haben wollt. Ist auf jeden Fall für Liebhaber. Ja, und nicht für einen schmalen Taler zu kriegen. Ich würde mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr auch zu diesem Video hier wart. Lasst mir super gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hanging by the firechill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, yeah. I've been longing to hold you. Hold you close. We care about what everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Peace. Untertitelung des ZDF, 2020